so ich mache wieder meine runde leg mich ins bett was hätte ich es darum geben dass ich check spielen könnte diese scheiß kommen wieder kommt dann habe ich verloren überspringen ich werde keinen kampf riskieren bis ich eine schusswaffe sie sind am leben der hat mich gesehen oder hat mich gesehen auch zu dritt und ist dabei so ich probiere es noch mal mich zu verstecken ich habe keine energie mehr da stehen zwei typen mit schusswaffen und drei mit mit nahkampfwaffen was ist es es ist schwer soll ich renne jetzt einfach hinten durch weil es mich langweilig macht gar keinen mehr platt ja genau das beste durch rennen bis zur konsole musste kommen hoffe ich entdecke ich die nicht ich habe mich schon wieder auch hier mann ist doch ganz dicht ja keine chance ich weiß 5 mann ich raste jetzt dann gleich aus 6 mann es ist scheiße schwer ich sage ich tipp was du geben dass ich check spielen kann das ist nicht schwer das ist einfach nur witzloser scheißdreck wie man du musst dich durchschleichen sobald sobald du einen von hinten hast per nahkampf ansonsten nur durch so weit wie du kommst ich habe einen ich habe einen ich habe keine chance mehr nein mann warum macht ihr die nicht kampfunfähig das gibt es doch nicht keiner wird kampfunfähig mein gott was hätte ich tun geben check spielen zu können was hätte ich tun geben dass ich check spielen kann so der nächste wird zum kuko verdammte scheiße wie weit bist du christian ja ich schieb grad wieder den blöden Kasten ich glaube braucht er 5 h dafür ja ja ich glaube ich glaube ich habe 5 h dafür Ich wär ja schon längst am Ziel. Scheiße, die Gegner hören nicht auf. Ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance. Verdammte Kacke! Der nächste wird zum Kokon und dann hab ich verloren. Ich weiß nicht was ich machen soll. Zack, da ist der Kokon. Jetzt hab ich verloren. Scheiße, echte. Schieße kaputt. Schieße kaputt. Da kommt noch mehr. Schieße kaputt. Bin schon dabei. Okay, du musst jetzt auf deiner Position bleiben. Dich greift keiner mehr an. Und bleib auf der Kamera, weil der Kokon, äh, das Viech, wenn es schlüpft, das musst du jetzt platt machen. Sonst hab ich keine Chance. Langsam mal her. Weil ich hab bloß eine Kamera irgendwie, wo funktioniert. Ich kann mich nur verstecken. Mehr kann ich jetzt nicht mehr machen. Scheiße, nein, 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 nein. Ich bearbeite gerade den Kokon-Fichter. Gut, mach das. So, ich verstecke mich jetzt im Schrank. Der Dino ist kaputt. Okay, passt. Und jetzt wechsle auf eine andere Kamera, dass du dann siehst, welchen Code ich eingebe. Da ist aber noch irgendein Viech. Direkt hinter deinem Schrank ist ein Viech. Lass den bitte hinter meinem Schrank. Weil der gibt den Code ein. Ich seh aber nichts. Du hast drei Kameras, davon zwei Geschütze. Okay, der Code kommt. Stern, Omega und dann dieses Kreisel-Kreisel-Zeichen. So. Okay. Kann ich rausgehen, oder? Nein, bleib auf der Kamera, dass du siehst, welchen Code ich eingehe. So, jetzt muss ich schnell sein. Also. Was war's? Stern? Omega. Dieses komische Dingste. Omega-Kreisel-Kreisel. Links unten, rechts unten. Ach du Scheiße. Oh nein. Schieße bitte weg. Schieße weg. Aber nicht auf mich. Mach's dir platt. Danke. Besten Dank. Ich bin nämlich kurz und tot. Mach weiter, mach weiter. Ah, der steht hinter der Stange, da kann ich nicht hin. Doch. Da kommt noch einer. Jetzt bleib halt da. Jetzt steht er wieder hinter der Stange. Ich seh die Kieße. Und jetzt guckt, was ich eingebe. Jetzt guckt bitte, was ich eingebe. Ob das Jake zu verdanken ist? Stern. Stern. Omega. Links unten. Hast du gesehen? Ja. Ich bin in Sicherheit. Ich hab gar nichts gesehen. Ein Exaktor angezeigt und das war's. Okay. Bist du vor der Tür, dann sag ich dir, was du eingeben musst. Ja, Moment. Ich muss jetzt zur Tür hin. Jetzt. Links unten ist das Erste. Ja. Eins rechts. Wart mal, wie drücken ich den Scheiß? Okay. Links unten hast du. Ja, dann in der Mitte, oder? Mitte unten, ja. Und dann links oben. Und? Hast du? Ja. Gut. Jetzt kommst du dann gleich bei mir an und kriegen wir unsere Waffen wieder. Boah, schwer der Geburt. Da kommen aber auch Gegner, wenn ich Solo spiele, dann ist das wesentlich einfacher. Ja, klar. Wir sind schwer verletzt, zumindest ich. Okay, wir sind wieder zusammen. Okay, wir sind wieder zusammen. Ich muss meinen Vorgesetzten ein Lebenszeichen geben. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen. Keine Tabletten, kein Heilspray. Hast du irgendwas? Heilspray. Okay. Nimm's in die Hand und dann schau, was dir aufblendet, wo ich neben dir stehe und das drück. Sehr gut. Danke. So. Dann wollen wir mal. Der erste Gegner kommt gleich von rechts. Habe ich. So, geradeaus weiter. Das Emblem hast du nicht abgeschossen, oder? Oder hast du es abgeschossen mit der Kamera? Mit der Kamera das, ja. Ja, komm hierher, wo ich hinzeige. Warte mal kurz, lass mir erst Munition holen. Da ist ein Emblem. Jetzt. Oh. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Stellt er sich so schwul gegen den Schrank hin? Weiß nicht. Hab schon. Okay, hast du. Gut. Die Schränke brauchen wir nicht kontrollieren. Gibt's nix. Oh, Sniper Muni. Super. Oh, Sniper Muni. So. Dann können wir wieder raus jetzt. Das war bei mir. Das war bei mir Pistolen Muni. Scheißegal. Ich habe Sniper in die Pfoten. So. Bleib da, bleib da. Nur keine Eile. Töte, was kommt, aber nur keine Eile. Was ist das? Was ist das? Nicht auf, Lecker! Klinge mal! Mir ist jede Hilfe recht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut. So, take it easy. Die komische Medaille da am Boden habe ich aufgesammelt. Genau, die brauchen wir. Diese Medaillen brauchen wir. Sehr gut. Ja, jetzt geben wir bald Munition aus. Toll. Und natürlich verlieren sie wieder keine Munition, die Gegner. Sammel, was kommt. So. Scheiß Scheibe. Kann ich die Tür aufmachen, da rechts? Bleib einfach bei mir. Wir müssen immer zusammen bleiben jetzt. Da kommt einer. Gut gemacht. Ja. Die Dinger kann man kaputt hauen. Schau. Da ist Munition und Zeug versteckt. Ja. Geh mal Gas. Ich hab echt ne lang Zeit. So. Ich hol das im Leben. Ja. Da war das nächste. Lass mich die nächste Basin kaputt machen. Ich muss auch noch reinrutschen. Jo. So. Jetzt kommt gleich wieder Feindkontakt. Warte. Lass mich den. Locker, locker, locker bleiben. Locker bleiben. Hatshut. Das war's mit ihm. Hatshut. Ja. Gut. Dann warten wir's ausschliessen. Nicht davor, ich du dahinter. Schneller Schuss ist angebracht. Sehr gut. So. Jetzt kommen die Punkte. Na ja. Tausend. Nicht so die Welt. Besser als gar nix. So. So. Müssen wir die nächste Tür suchen. Hier. Doppeltür. Ab hier ist was geboten. Ich geh sofort hoch. Wir sind jede Hilfe allein. Gut gemacht. Wie nehm ich mir vor? Scheiß. Ah. Liebe Sniper. Aber A ist das sehr langsam. Und B die Perspektive manchmal. Head shoot. Weg. Hab die Medaille. Ja da gibt's noch mehr. Gibt's noch mehr. Take it. Wo ist der? Im Schrank habe ich die Medaille. Es gibt noch mehr. Ah. 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 Die lädt wieder. Ich aufblicke. Mann. Also wenn schneller Schuss auch genau in es geht. Ah. 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 Wie unten. Ja. Ob du die hier oben oder unten aufgenommen hast. Da oben jetzt zwei im Schrank eine und die wo der Gegner grad verloren hat. Also unten hast du keine aufgenommen oder? Hier. Nee. Rutsch rein. Rutsch rein. Ja. Gut. Weiter geht's. Geh mal wieder hoch. So, jetzt brauchst du nicht mehr reinrutschen, die Trophäe haben wir. Also bist du da oben? Jo, komm hoch. Ich frag mich aber gerade, ob die Tür überhaupt aufgeht. Nö, gut, alles klar. So, Chrissy, dann komm. Jetzt schauen wir an, da rein ich. Wie, wie haben wir schon? Fünf haben wir, ne? Die Tür ist schon offen? Ich hab fünf. Ja, wir haben beide fünf. Also wenn einer eine sammelt, hat es der andere auch. So, dann gehen wir zur Mitte. Okay. Links lang. Jetzt rennt ihr wieder rückwärts, jedes Mal die Scheiße. Ich sag dir eins, man braucht eine Menge Kohle, um sowas großes zu bauen. Ganz im Ernst. So, hier sind die Catspunkte. Nix drinne. Wo sind die Fähigkeitspunkte? Naja. Oh, pass auf. Geradeaus. Warte mal, bis er schlüpft oder mach man kaputt? Kaputt. Ah, okay, dann mach schnell. Hat mich vorher meckern, weil die Zone kostet. Ey, schlüpft schon. Na, kömpfe mir irgendwie viele gar nicht. Gut. So, langsam ist die Zone empty mir. Dann sammel. Ja, jetzt vor allem bloß immer Erfahrung. Wo sind da die Mützen rein? Boah, du Drecksack. Mir ist dir der Hilfe recht. So, der hat Munition verloren. Ne, Granate hatte der. Ja, scheißegal. Und hier, den hast du, oder? Die Fähigkeiten habt ihr hier. Okay. Komm zu mir. Moment. Moment. Ich kann's nicht lösen. Ich glaube, ich muss etwas einsetzen. Jake könnte das vermutlich lesen. Jake, jetzt musst du kommen und das... Heiß. Nirgendwo gibt's da drinne was. Du musst kommen und das lesen. So, der hat... Der hat... Für mich Fähigkeitspunkte. Äh. Oh, ich müsste unbedingt pissen, aber da ist nur irgendwo ein Gegner. Hallo, komm halt mal her hier und betätige das Ding. Ich kann ja nichts betätigen. Komm halt her, verdammte Scheiße. Geh da hin und lies das. Gerade eben konnte ich kurz berzer. Ja. Passt, oder? Hä? Hier liegt normalerweise Munition und da vorne liegt normalerweise... Erfahrung. Und ich bin jetzt so faul, dass ich vorlatsch. So. So, jetzt warte ganz kurz. 30 Sekunden, ich muss nicht pissen. Moment. Halt mal den Rücken frei. Ja. 200 Sekunden. Entspanierst du auf dich lächert? Ja. 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 Na. Ja. 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 Ja, Marm? So, bin zurück. Jetzt ruft Marm an, ich geh hin und dann legt sie wieder auf, ich glaub ich spinn. Ich sag, sie sollen in einer halben Stunde warten. Nee, kann sie nicht, weil ich dann gar nicht daheim bin. Also? Jetzt müssen wir nur noch den Rest finden. So, die Treppe hat sich verändert, wir können hoch. Ich komm zu Hilfe. Sehr gut. Guck dir mal. So, auf geht's Treppe hoch. Herz muss vergas geben, 20 Minuten muss ich losfahren. Nehmen wir gleich mal Tor 1. Und was musstest du die letzten 6 Monate ertragen? Einfach alles. Sie versuchten den Virus in mir zu erforschen. Das gleiche habe ich nach Raccoon City durchgemacht. Und beim zweiten Mal war es genauso scheiße. Scheiße. Hast du, oder? Komm, lass Munition fallen. Wo ist er denn? Ne, ne, Medaille. Hab die Medaille. Warte, da ist einer noch mit MG. Gehen wir erst hier? Okay. Hier ist ne Medaille. Also wenn die Tussi bei meiner Bude die Türen so aufmachen würde, dann würde ich sie erst schnell wegkriegen. Ich hole die Medaille da hinten. Ah, das ist das Licht. Ja, eher besser wenn es mich um das Grinz besser fielen geht, ne? Ich bin ja auf dem Weg noch mehr langt. So, Hammer. Hast du die Medaille schon geholt? Ne, die da hinten brauchen wir noch. Ne, es ist wieder ein Licht. Ich krieg die Krise. Hä? Hä? Da unten ist doch ne Medaille. Da unten ist doch ne Medaille. Jetzt hab sie ich. Gut. Weiter geht's. Das ist ein ziemlich schwules Ambiente, der Raum. Cool, hä? Zwei brauchen wir noch, dass wir rauskommen aus der Map. Von der gesagt, so jetzt warte. Pass auf, ich zeig deinen Tisch und dann bleib weg von dem. Hier. Dieser Tisch, bleib weg. Geh weit weg von dem. Ja. Eins, zwei, drei. Kaboow. Na, wo ist jetzt die Medaille? Verdammte Scheiße, hab ich die mitgesprengt? Ah, ich hab sie. So. Gut. Let's go. Sehr gut. Wuuu. Hey. ich habe mich nicht davon gelaufen wo ist denn aber ich habe 27 schon der ist kaputt wir haben es alle die medaille dass man weiterkommen ich habe schnell meine tablettenschachtel aufgefüllt wir könnten mehr medaillen machen aber du hast ja keine zeit mehr hast du alle waffen geladen hast du alle waffen geladen ja jetzt dauert es noch lange die map nebenbei überspringen überspringen so Da hab ich noch ein bisschen eine Ahnung, wo ich weiß, dass man die Panzer gebrochen hat. Moment. Dreh den nicht im Ladebildschirm, weil dann hör ich den nicht. Jetzt, pass auf. Wir müssen jetzt... Gehen wir. Wenn wir rausgehen, gehst du sofort rechts und geradeaus. Gut, ich hab sowieso genug von diesem Haus. Hier, geradeaus und da wartest du auf mich. Wo? Da, geradeaus, ja. Okay. Sack, bei mir kommt der Panzer jetzt. Okay. Bist du dort, ne? Komm, geradeaus, wir müssen noch hoch. Ja, ich bin dort. Gut. So, jetzt laufst du. Normalaktion, oder? Ich bin jetzt oben, du laufst links rüber. Und schaust, dass du hochkommst. Leg ich? Ja, irgendwo links musst du hoch. Ich tu mein Bestes. Pass auf, dass der Panzer dich nicht trifft. Bist du schon auf dem Weg nach oben? Keine Ahnung, ne, noch nicht. Ich find da nichts. Links vom Panzer musst du hoch, in seiner Sicht. Scheiße, jetzt haben wir die Probleme. In den Gang wieder rein, oder? Nee. Du musst links vom Panzer hoch, ist das so schwer. Links vom Panzer. Ja, ich bin links weh beim Panzer. Ich hab gleich Kommunition mehr, verdammte Scheiße. Links vom Panzer geht's hoch. Ich kann leider nicht mehr runter. Da geht's nirgends wo hoch, ich steh doch links vom Panzer. Du bist rechts vom Panzer, ich seh dich doch. Links vom Panzer, seiner Sicht aus. Die Treppe, wo wir zu diesem rosa Brat hoch sind. Ja, die Treppe. Ja. Und dann geradeaus, dann kannst du rüberspringen zu mir. Ich seh dich, geradeaus, komm. Ja. Auf die Tür in der Mitte. Und dann Partneraktion. Und dann müssen wir davonrennen vom Panzer. Zweimal. Okay. Zweimal müssen wir seine Schnauze ausweichen, Gegenrichtung, Gegenrichtung. Zweimal der Schnauze ausweichen und dann links weg in Laufrichtung gesehen. Lauf, Lauf. Der Mist. Gut, C5. Hier runter. Komm, bitte, komm. Yo. Gut. Gut. Hier ist eine Kiste. Halt, halt zurück. Kondition auffüllen. Ich krieg nur bis, warte mal. Ich muss nur ein paar Tabletten fressen. So, warte. Gut. So, jetzt weiß ich dich ganz kurz ein. Wenn wir hier oben rausgehen, kommt der Panzer wieder. Wir müssen ausweichen. Ja. Und dann müssen wir hochkommen. Da ist eine Treppe auf der linken Seite geradeaus weg vom Panzer gesehen. Von seiner Sicht aus. Du musst bis zum Ende laufen. Da ist eine Buddha-Figur. Du läufst um die Figur. Der Panzer schiebt die Figur. Das musst du dreimal wiederholen, bis du rüberspringen kannst. Ja? Ich verstehe gar nichts mehr. Äp, 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 äp. Dreimal... Dreimal... Buddha-Figur zerschießen, dann... Du läufst mir jetzt nur nach. Jake! So, stehen bleiben, stehen bleiben. So, wir warten hier kurz, kommt ein Stück zurück, jetzt kommen Gegner. Sobald wir hier runtergehen, kommt der Panzer und dann müssen wir ausweichen. Okay? Also warten. Wie ausweichen? Einfach zur Seite gehen. Ja, ausweichen. So wie die Filmsequenz kommt, musst du in der Filmsequenz ausweichen. Warte kurz, die Kinder kommen gleich. Ich geh noch mal ein Stück vor. Ich sag, Bus, die warten jetzt echt ums Eck. Die warten. Okay. Let's storm. Rechts kommt der Panzer. Nach links ausweichen. Wobei am Panzer? Geradeaus. Einfach geradeaus. Siehst du, wo ich laufe? Siehst du's? Wo ist der, Bruder? Ah, da. Um den Panzer rum. Um den Panzer rum. Um den Panzer rum. Du musst hoch. Unten gibt's nix. Komm hoch. Hier. Hier. Steh ich. Einfach geradeaus. Die Treppe. Ja, ich seh schon. Jo, jo, jo. Weiter. 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 So, weiter. Einfach nur geh geradeaus. Erstmal. Lass sie nicht stören von den Gegnern. Einfach geradeaus. Und hier spring rüber. Und das ist die Kurve mit der Butterfigur. Spring doch rüber. Ich kann nicht springen. Warum nicht? Ich geh nie. Ah, warte, 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 warte. Jetzt, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt spring rüber. Und an die Ecke. Du laufst um die Ecke, bis der Panzer die, äh, die Kurve berührt. Dann weißt du, wie's geht. Dann laufst du auf der Ecke zurück und wiederholst du dreimal. Ich könnte von der Statue rüber schwingen, wenn sie richtig stünde. Ich muss ja wieder gegen die Statue fahren, oder? Ja. Also wiederholen. Ich lauf so weit, wie's geht zurück. Und dann wieder, äh, wenn der Panzer zurückgefahren ist, wieder in die andere Richtung. Hauptsache, er bewegt immer wieder die Statue. Scheiße. Haha. Vielen Dank für die Hilfe. Jo, das machst du dreimal, bis der Jake irgendwann sagt, haha, super toll. Oh man, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Haha. Vielen Dank für die Hilfe. Und ein Heimat. Jetzt ja. Ich bin kurz vorm Tod. Jetzt ja nochmal, oder? Ja. Fahre zurück, du scheiß Panzer. Ich bin kurz vorm Tod. Der fahrt immer zurück, der Panzer. Verdammte Scheiße. Du sollst wieder da hinlaufen wie vorher und es weitermachen. Der Panzer macht alles von selber. Verdammte Scheiße, ich bin kurz vorm Tod. Weißt du, was ich hier Gegner hab? Ich kann nicht mehr zurück, wenn ich zurück, der Panzer fährt nicht mehr zurück. Dann stell dich ins Eck und warte, verdammt. Ich bin kurz vorm Tod. Ja, lauf durch zum Motorrad. Ich kann das Kraut nicht nehmen, weil ich voll bin. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich geb schon Gas. Ich verreck, ich hab zu viel, ich kann einfach nicht anders. Scheiß Dreck. Lauf, lauf zu dem scheiß Motorrad. Ein Tick. Aber still, lauter Gegner, ich komm wieder weiter. Ein Tick, du bist tot. Ein Tick nur. Mein Klipper verbrennt grad den Tisch. Und zack, tot. Super. Ja, geh halt jetzt da vorbei an dem scheiß Gegner. Ich hab das aus. Ja, ich bin auch gleich tot. Man, du hast so'n easy Job mit dem scheiß Jake. Boom, ein Tritt und ich bin weg. Nein, ist das geil. Du hast echt'n easy Job. Wenn der Charakter macht, was er will, ich kann nicht mehr als laufen. Du kannst den Bus steuern, ich hab nichts anderes. Der Jake hat einen scheiß easy Job. Das ganze Spiel überall. Die Sherry hat dauernd die Arschkarte. Warte. Hä? Ich hab acht Minuten nur Zeit, Robert. Ja, mir scheißegal. Scheiß, Maus. Ich geh wieder auf Controller. Tu deinen Kopf hoch, als ich wegsnipe. Du, wie gesagt. Da. Jeder kriegt Mutation. Jeder kriegt Mutation. Und das ist eben das Problem, was ich dauern kann. Ja. So, lauf. 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 Und diesmal gleich. Auf. Jetzt gleich hoch. Bist schon auf dem Weg nach oben? Ja, ich bin schon oben. So, ich hab das Ding jetzt gezogen, du kannst rüber. Gut. Scheiß Pistolen-Munition. Mach dumme nicht den Kopf. Wie soll ich da rüberkommen? Ich könnte von der Statue rüberschwenken, wenn sie richtig stünde. So, meine wild gesparte MAG-Munition verballer ich jetzt alles. Hauptsache keine Verletzung passiert. Haha. Das klappt. Gleich nochmal. Ja, fahr her, du scheiß Panzer. Du sollst nicht fliegen. Versteck mich auf mich konzentriert. Du sollst nicht fliegen. Versteck mich auf mich konzentriert. Ja, ich hab gleich. Haha. Vielen Dank für die Hilfe. Hier ist dein Motorrad. Halte durch. Halte durch. Hier schaut's ganz gut aus. So, wie komm ich jetzt zu dem scheiß Motorrad? Du gehst zurück und dann kannst du über die Stange springen. Hier ist die Stange. Geh einfach zurück und dann spring über die Stange. Ich komm da nicht runter. Was richtig? Ich helf dir. Ich helf dir. Ich helf dir. Muss ich da runter hüpfen? Na, du musst hoch gehen, verdammte Scheiße. Wo willst du runter? Du musst einfach hoch. Du musst zum Motorrad und nicht zum Panzer. Oh weia, jetzt hat der Panzer mich im Visier. Der schießt Loch um Loch rein. Jetzt wird's echt eng. Jetzt wird's echt eng. Ja, ich bin gleich wieder rot. Lauf doch einfach durch, verdammte Scheiße. Schau den Weg lang. Ach, da ist eine scheiß Tür. Ja, endlich. Besten Dank. Jetzt haben wir das, Leute. Ich drücke es gelb und überspringt. Ich muss jetzt los. Hey, warum hab ich bloß einen B-Rang? Ich schau auf die Kills, dann weiß der warum. Na ja, gut. Also ich muss jetzt packen. Alles klar, Christian. Bis die Tage. Mein Bruder, viel Spaß noch. Jo, jetzt hab ich... Jo, dir auch. Ich komm nachher vielleicht nochmal online, wenn du online bist. Jo. In so einer halben Stunde. Schauen wir mal. Na, gut. Also ich bin draußen. Servus. Bis dann, Chrissy. Tschüss. Glockenzeiger. Ich Ari Youth. Vielen Dank.